Kommt drauf an. Oh Gott, ey, das ist... Ja, wobei, wenn ich's mache, ist es okay, wenn's die anderen machen, ist es scheiße. Unsere Füße riechen ja nicht, ne? Nee, nie. Mal gucken. Finde ich gut. Ist sowieso Sommerpause, dann kann man sich kümmern. Ja, so ein Stück Linie im Garten hat irgendwie was.